Hier kommt ein wunderschöner deutscher Schäfer und mit langem Fell. Wir haben ihn Aydan genannt. Er hat ein wunderschönes Gesicht. Es ist. Hallo Aydan. Sert's du. Joitze. Què en's dius avui? Hm? Et pots acariciar tu? Així tinc més perspectiva. Què passa? Què passa Aydan? Vosre. Hola Aydan. Caricel, Mesa Caricel. Oh, ladras du. Que guapo. Er kann prima an der Leine laufen. Ist ganz toll.